Sehr geehrte Damen und Herren, das war Tagesweg in 100 Sekunden. Im Anschluss sehen Sie einen Kommentar von unserem Deutschland-Experten mit Migrationshintergrund, Dolph Hitler. Guten Abend. Da war Staub auf der Linse. Guten Abend, Deutschland! Wacht auf, verdammte dieser Erde, die stets man doch zum Hunger zwingt, das Richt wie Glut im Kraterherde nun mit Macht zum Durchbruch dringt. Reinen Tisch macht mit meinen Bedrängern. Herr der Sklaven, wachet auf! Ein Nichts zu sein, bedarf's nicht länger. Alles zu werden, strömt hinauf. Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, das können wir nur selber tun. Leeres Wort des Armenrechte, leeres Wort des reichen Pflicht. Unmütig nennt man uns. Und Knechte duldet die Schmach nun länger nicht. In Stadt und Land, ihr Arbeitsleut. Wir sind die Stärkster der Partei. Die Müßegänger schied beiseite. Diese Welt muss unser sein. Unser Blut sei nicht mehr der Raben, nicht der mächtigen Gier zum Fraß. Erst wenn wir sie vertrieben haben, dann scheint die Sonne an Unterlass. Elker hört die Signale. Auf! Zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft der Menschen recht. Die Internationale erkämpft der Menschen recht.